das nicht vorbildliche arbeit macht der richtige panne richtig richtig das ist vorbildlich so etwas unvorbildlich ist da noch ein kamera mit noch einer genau sowas ist unvorbildlich diese chillen und auto und rauchen diese dass das sind die langweiligen langweiler die nicht arbeiten aber geld verlangen ob ich nicht arbeiten ja das ist auch kameramann du judensau hat er gesagt ja das sind die faulen da der eine drückt sich schon nach der der sich drückt der größte straftäter der welt jetzt kommen wir zu den richtigen arbeitern ja dann sieht es nicht so schön für die kamera da können da kommen die leute denken sie arbeiten da ist der alte sack da haben wir da rein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.